Verkauf machen. Nein. Das. Nein. Nein. Dann gehe ich noch mal nach unten. Oh, was kommt? Was? Achso, da. Nein. Nein. Oh, jetzt hat er mich rausgesprungen. Jetzt hat er mich rausgesprungen. Na gut. Na gut. Was war das für ein Knabbel? Stufe 2, okay. Ja, dann muss ich mich erst mal wieder leer machen gehen. Okay. Übere Probleme. Warte. Okay, dann warte ich. Ach, was? Ein paar Geier waren gerade hinter mir, okay. Ach, guck mal. Was kommt denn da? Und? Moin, Psycho. Hallöchen. Hey. Eigentlich wollte ich doch vor uns die Sichtbereichs-Mod einbauen, aber irgendwie hat es das nicht getan. Ja, hast du wohl vergessen, gell? Jetzt habe ich wieder so einen komischen Schimmer. Ich könnte jetzt den Tisch nicht nehmen und weiter reinschieben. Das stimmt. Beispiel bei Nuss oder so. Oh, oh, oh. Den kann ich gerade nicht nehmen. Moment. Kannst du nicht oder willst du nicht? Kann ich gerade nicht. Ich habe hier gerade wieder so einen... Warte mal, kurz mal hier reinschmeißen. Ach, das Ding, nee. Du rennst hier nicht weiter. Es spielt sich gar nichts ab. Nimm mal das da rein. Ja, ich schmeiß das mal kurz da rein. Dann kann ich nämlich auch keine Katze draufstellen. Nicht. Ja, klar. Ja, ich weiß nicht. Heute droppen meine FPS ganz gewaltig. Warum auch immer. Muss ich wahrscheinlich eher mal in Ruhe mal gucken gehen. Ui. Ui. Ja, habe gerade... äh, hatte gerade ne... äh, gelben Drop rausgeholt, aber... war nix gescheites drinnen, aber egal. Haben wir oder nicht, ja? Immerhin. Ja. Mit der Pistole. Normalerweise finde ich nicht so gut mit der Pistole. Melle knabbert an mein Kabel. Ich knabber gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ja, ja. Okay. So, warte mal. Äh, das nehm ich mal mit. Genau, das können wir nämlich gleich umwandeln wieder in den da. Hm. So. Kann da gleich weitermachen. Kannst mit der Küche... Halt, falsche Richtung. Da muss ich... Gut. Stimmt, die wollte ich nicht nur entleeren, ne? Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut. Es scheint, entriegelt sich. Ja. Das nehme ich mit, genau. Die Apotheke kann auch schon umziehen. Ah, warte. Ja, machen. Du bist die Apotheke. Du bist doch die Medizinerin. Oder? Ja. Oder habe ich das jetzt falsch in der Riffung? Nee, nee, alles gut. Okay. Habe ich nur gesagt, könnte uns... Habe ich schon wieder gedacht, um kurz zu mir, was habe ich schon wieder... Nee, alles gut. Habe ich schon wieder falsch gemacht? Wandel. Gar nischt. Gar nischt. Ja. Aber gut. Halt, gib mir das erst raus. Jetzt... Abreißen. Jetzt sind wieder 50.000 Motoren raus aus den... Aus den Autos hier. Mhm. Schlafsäcke können wir dann nachher auch mitnehmen. Oh, Schlange. Oh. Den kann ich nicht... Ah, nee, ich wollte... Nee, warte. Liebe Schlange, könntest du dir vielleicht den Ferkel lieber nehmen statt mich? Das wäre doch voll cool. Nö, kann ich nicht. Den kann ich ändern. Aber nur die Farbe. Hm. Nicht die Art und Form. Nö. Wann brauche ich die auch? So, jetzt habt ihr es euch mit der Melle verdorben, so. Wieso, was habe ich angestellt? Nein, nein, du hast doch gerade gesagt, das... Ach so, du meinst die Stühle. Jetzt haben die Stühle sich mit dir verdorben, weil... Ja. Go. Das ist jetzt gemein. Oh nein. Ich bin nicht so krass. Aber... Ja, so passt es. Das sind ja nur ein paar Sekunden. So passt das. So. Aber man kann sogar rückwärts schnell fahren. Das ist doch schön. Also halbwegs. Nö. Leute, halt. Ich bin noch kein Verwirrungen. Oh, scheiße. Nein. Hängt der Schulter so. Oh. Oh, jetzt kommen. Du kannst knicken. Da ist noch einer. Hallo. Nicht aufstehen, liegen bleiben. Ja, das sage ich auch immer. Aber die hören nicht mal auf mich. Ja, aber der fette Tourist, der wollte es nicht anders. Oh, zu viel Eisen. Wo bist du, wo bist du? Da bist du. Ja. Wie liegen bist du mir lieber? Vito. Vito. Ja. Ab durch die Pampa. Ab durch die Pampa. Bitte wot. Was? Er meinte gerade, blöööööö. Er hat das nicht beschwert. Ja, der Zombie hatte was dagegen, dass ich weiterfahre. Warte, 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 nein. Ah, der wäre Dickschädel hier. Oh, Entschuldigung, Mund. Oh, nicht schon wieder ein Loch buddeln. Au. Loch buddeln? Nö, ich buddeln. Ja, die Sprengzombies. Sie sind immer gemein. Die machen immer Löcher hier. Das stimmt. Das ist voll gemein. Oh. Aber da, Stahlschaufel, Stufe 4, habe ich schon. Dankeschön. Ja, aber ihr vielleicht noch nicht. Vielleicht wird ja mal gut beliefert hier. Ja, das stimmt. Muss man ja auch mitnehmen. Na klar. Oh, hier müssen wir nachher hin. Ah, okay. Na gut. Tag 19. Na ja, an Tag 20 ist er erst die Horde bei uns. Ja. Da haben wir ja noch Zeit. Gut, in dem Tempo werde ich auch mit der Base so weit fertig, dass wir da auf dem Wörteren kloppen können. Ist das gut? Das ist sehr gut. Es gibt hier eine Stahlbahn gleich. Hm, schön. Oh. Nein. Ah. Hat die Dame ein Problem? Ja, die blöde Achse hat weiter geklopft, als ich ursprünglich wollte. Du hast das riesengroße... ...losgezogene... ...Gewehr. Ja, und... ...Auf einmal abschließen. Ja, ja, warte auf. Ich bin voller Blut, im Moment. Oh je. Oh, infiziert bin ich auch. Was war das? PIP. PIP. Ja, klar. Ja, weiß ich, wie die Stahlschaufel zum Beispiel, weißt du da... Ja, die bringe ich nachher da rüber und... Für die Zeit? Ja. Ähm... Und wer sie braucht, nimmt sie raus. Ja, genau. Ganz genau. Genau. Oh, metal und grob, da gibt es bestimmt auch viel Stahl. Hm, vielleicht. Aber... Wahrscheinlich bist du auch gut, du kannst die Tür zu machen. Oh ja, ich kann die Tür zu machen. Ist doch schön. So. Hä? Haha. Hier. Was auch immer da alles drinnen langer hat. Schnell weg. Schnell weg. Ich will doch noch nach Hause kommen. Ich war gerade doch vorbei, wo wir vor uns die Aufgabe hatten. Bei der... Gläuzei-Geschichte. Ach nee, komm du erst mal weg von meiner Base. Du machst doch nicht Spreng-Brenn-Puff. Spreng-Spreng-Puff. Oh nein. Hat er kaputt gemacht? Oh, nicht ganz, nein. Ich habe ihn nur weggebracht. Okay, cool. Glück, glatt. Oh ja. Äh, die wollen mich daran hindern, dass ich hier die Base nicht fertig kriege. Ich weiß. Ja. Ja, du weißt ja, der eine hilft und kriegt die 1000 Punkte und dann... Ähm. Oh, hallo, Kriecher. Hab ich dich gefahren? Das tut mir jetzt aber leid. Ja, wärst du mal auf zwei Beinen gelaufen und nicht auf ihren. Mhm. Elbe schuld. Hahaha. Ein Wildschwein. Ja, korrekt. Oh, ein Wildschwein ohne Kopf. Aber das Fleisch nehme ich dir mit. Äh, gut. Servus. Na, da kommt ja die Hupe. Boah, noch einer. Warte. Au. Noch nicht schießen, noch nicht schießen. Da muss er weit genug weg sein. Ja, aber der geht ja erst los, wenn das Ding ins Dach geht, oder? Ja, wenn das Rot leuchtet, aber das Reuen leuchtet auch relativ schnell Rot. Achso, okay. Rot? Ja. Okay. Die sind auch sehr hartnäckig. Ich komm mal in deine Richtung, damit der auch weggeht von der Base. Oh. Schade, weil wenn du den rechtzeitig tötest hinter dir, nicht erschrecken. Da ist eine Kiste. Wenn ich dem rechtzeitig, äh, dings, dann, äh, dann, dann explodiert er ja nicht. Ja. Eine Bücherkiste, eine Bücherkiste. Deine Bücher habe ich jetzt in den Motorrad gelassen. Ja. Au, 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 au. So, irgendwas mitnehmen? Ähm, ja, klar, warte mal, wenn du so schon fragst. Ähm, das da, das da, das da, das, 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 das. Das ist okay. Rotrad lenkbar hier. Und das? Jetzt bin ich gerade voll, aber wo habe ich denn jetzt meinen Moppet? Da. The Moppet. Nein, nicht wegrollen. Hierbleiben. Sag. Lass mal den Hund hier weg mal. Ja, dann mach du das. Dann rüch doch mal die Bücher raus. Die ich dir nicht. So. Ähm. Was ist das denn die? Ja, aber Torwerkzeuge. Du machst doch einmal Torwerkzeuge, oder? Ähm, nee, ich glaube, du, ne? Oder wir beide? Keine Ahnung, ich habe davon auch schon ein paar gelesen. Okay, lassen wir mal gucken. Rüchstück, 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 Rüchstück. Kannst du gleich da was verrottende Fleische liegen? Kannst du gleich mitnehmen. Genau. So. Jetzt ist gleich wieder los. Mitnehmen, mitnehmen, nicht wegrennen. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Gut. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Sehr gut, sehr gut. Ich bin doch mal weg, ne? Ja. Aber ich hab's ja Müll. Nehmen wir mit. Oh, was war das? Ach so, ja. Gut. Passt. Äh, brauchst du jetzt gerade hier Stahl? Nee, oder? Nee, nee, nee. Hier nicht. So, jetzt können wir wieder anfangen, auf ihn, äh, draufzuhetzen. Jetzt bin ich weg. Oh. Jetzt bin ich weg. Ja, jetzt bin ich weg. Wir lieben Freunde, immer wieder. Immer. Immer. Ja, okay. Guck mal, was wir noch reinhaken können. Alles Neon, Rüchstück. Hat er schon wieder in die Haustür aufgelassen, ja. Eieieie. Boah, das war die Maus. Gön. Ja, ja. Die große Maus, gell? Die ganz... Mhm. Genau, die große. Die riesengroße. Ganz böse große Maus. Die böse, böse. Federn. Ja, die von da. Das war da. Ja, ich glaube, da ist... Das war's. Das war's. Ja, das war's. Genau, da ist... Das war's. Ja, das war's. Genau, da ist... Da ist fast. Das war's. Und das war's. Ich glaube, da ist ein... Vorräte. Oh, was? Auuuuh. Warte, ich hab ne Gehirn. Was hab ich? Was hab ich da? Gehirnerschütterung. Hm, Schmerzmittel, alles klar. Hab ich. Oh, ähm, hm. Hast du wie viel ratadadadat alles gegeben? Mhm. Ihr seid in der Base grad drin, ne? Ja. Okay, es kommt gleich ein Heimspielderby, wenn ihr Bock habt. Oh, ja. Äh. Äh. Hab ich jetzt alles weggeschmissen? Hm. Das ist wieder alles verzehrt. Schön. Gut, ne? Gut. Ich weiß nicht, warum das heute bei mir hin und wieder verzehrt ist. Das ist... Ach, verzehrt. Ich denk grad verzehrt. Also, ja, verzehrt. Verzehrst du dich nach mir? Was macht denn der Hirsche bei uns in der Basis? Oh, der will spielen. Ja, aber... Ich will grad nicht spielen. Ich komm zum Spielen jetzt. Ach, komm zum Spielen. Ich komm zum Spielen. Pingen! Pingen, Pingen, Schlau! Äh, Pingen, Schlau! Ach, komm schon, die hätte doch fast, er hätte die doch... ach komm das war 1a baseball schläger weit wo wir sind zu wenig ballons sind zu weit weg die fünf centigramms die das quasi nicht schade dabei ist auch daneben auch kommen wir treffen können muss der ballon gerade rumrutschen zumindest immer wieder auf das ist das schöne aber wir spielen mit unseren zombies ja den roten haben wir noch jawohl der ist tot die hat kein kopf mehr die hat definitiv so soll noch was ein oder wirst du rein willst du weiter bauen oder willst du die basis ach so kannst du gleich mitnehmen als gewollt kommen recht das mal alles wieder los werden hier also die molotov cocktails jetzt wirklich da auf dem boot ja auch keine granaten bei mir nein die granaten kommen zu dir so ungefähr ach da oben bei melde ist auch eine kiste gespawnt also ich sehe zumindest da oben eine stock habe ich ach so ne ich muss ja runter da unten war ja stehen geblieben ja schon wieder voll schnell raus damit er weiter so warte mal der kaffee er stellt auch wasser her ok ich glaube ich kann da was ist der bloß noch drin oder hast du gekült ich habe gar nichts was für ein bogen das aber nach der abstimmung gemacht gehabt erlaubt oder bin jetzt gerade signaler bei base hier ich glaube ich meine bisschen weiter weg wie ich weiß ja nicht was das bogen hier bedeutet ja bogen dann bogen bedeutet bogen halt vielleicht hat der bogen nicht so viel platz Weiß nicht? Vielleicht. Okay, nee. Ich mach mal. Wüsste manchmal, ne? Der zu bewirken hat. Ach, ist eine Sonderaktion, okay. Hm. Okay, wenn ihr daheim seid, können wir dann kurz unsere Schlafsäcke holen. Also in der Safe Zone bin ich nicht. Das ist klar, das ist klar. Also wir müssen umziehen, ne? Ja. Ja, warte, da komm ich mal rüber. Weil die Hordenbase ist eigentlich nicht in der Safe Zone mit drin. Daran kann es nicht liegen. Und dann gucken wir jetzt geschwind. Sonst muss nachher jeder suchen. Genau. Äh, okay. Äh. Ich komm mal kurz zurück und dann... Ja, warum ist das so lahm? Äh, keine Ausdauer mehr. Dann pack ich jetzt geschwind auf dich. Hm. Ah, ich bin zu voll. Ich kann... Muss ich nachher holen. So geht's auch. So geht's auch. So geht's auch, ja. Hm, hm. Schlafsack, Schlafsack da oben. Okay, hab ich's. Habt ihr alle? Weil... Ich hab, ja. Okay, das einmal mit drauf. Also unten ist ja Werkstatt. Das ist klar. Hm. Ja, da bin ich ja dran. Hier werden drei Küchendinger, ne? Ja, dankeschön. Einbauen, wie ihr will. Und hier hab ich überlegt, ist die Apotheke. Okay. Ja? Okay. Okay, jetzt gehen wir hoch. Okay. Soll ich um die Schlafecke streiten? Meine ist hier. Ich leg mich da draußen noch in den Sternsel. Okay. Ja, dann geh ich hier hinter die Ecke. Fühl mich wohl so einer ein. Dann lege ich mich direkt neben meinen Stahlwandschrank. Ja, jeder hat jetzt einen persönlichen. Direkt auf den Teppischbruch. Eine persönliche Box. Cool. Ah, weißt du? Obwohl. Äh. Ja. Ja. Was bin ich? Das geht ja nicht. Da geht's auch nicht. Können wir nur da hin. Dann können wir nur da hin. Ah, geht das nicht? Jetzt kann ich, ja. Hier geht nicht wegen Gelände und hier drüben geht es nicht wegen Wand, aber dann liege ich halt hier auf dem Teppich noch drauf. Gut. Passt. Sehr schön. Vielen Dank. Jetzt passt bald halt Luft. Jeder hat seine eigene Box. Mhm. Ach, guck mal. Hier. Der Adler. Der Adler. Der Weißkopf-Adler. Der wohnt hier unten. Der passt auf. Mal guck, da bist du hier versteckt. Aber ich glaub, du hast schon gesehen. Ich hab meine schon entdeckt, ja. Ja. Genau. Ich hab meine schon gesehen. Oh Gott, jetzt ist was nebelig. Guck jetzt mal, wie weit meine Schmieden da eigentlich sind. Nebelig. Ah, der braucht noch. Der braucht noch. War es der rechte? Naja, die brauchen alle noch, okay. Ja, klar, weil da war kein Holz mehr drin. Ich hab grad wieder nachgeleckt. Aber ich hab den zumindest ausgeleert gehabt und hab das Rohmaterial schon wieder in den Schrank reingepackt. Okay. Gut, dann können wir ja jetzt hier... Oh Gott. Achso, Medizin. Melle, das heißt... Ziemlich gefüllt. Ne, die müssen wir erst mal vorhin, Schatzi. So weit war ich jetzt auch noch nicht. Mhm. Und unten musst du es komplett einrichten, wie du es brauchst. Und wenn der eine Schrank im Weg ist, dann... Ja, ja, das... Dann ist er halt im Weg. Eben, das krieg ich schon hin. Rotweil noch abbauen, fertig. Ja. Ich hab gedacht, vielleicht kann man da auch irgendwas... Keine Ahnung, was ich... Hm. Nein, das will ich nicht. Das ist falsch. Warum bin ich eigentlich vorhin gelaufen? Ich hab doch mein Moppet da hinten. Ähm, äh... Warum fragst du denn? Sie müssen schwere Sachen. Hm, gell. Ja. Ja. Vielen Dank.